Buongiorno, meine kleinen Makaronis zu einem neuen Part von Yoshis Wunibald! Ein bisschen ist es schon her, dass ich was hier aufgenommen habe, weg damit! Aber jetzt geht es weiter mit den Special Leveln in den einzelnen Welten. Ich habe alle möglichen Blümchen gesammelt und wir können jetzt in aller Ruhe Welt für Welt durchladen. Und wir machen natürlich mit dem V Yoshi weiter, mit dem schönen I auf der dicken weißen Plauze. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet in der Flug des Wolken Willi. Ein wolkiger Willi, bin ich halt mal sehr gespannt. Nein, ich werde es hier nicht benutzen. Und wir starten in den Wolken Willi, aber besser gesagt, auf dem Wolken Willi in den Flug hinein und ich habe keine Ahnung. Scheiß Ladewildchen. Yoshi! Yoshi! Oh nein, nicht Scrolling Level! Haben Sie das Gefühl? Ich sollte den nicht essen! Ich glaube, ich hätte den echt nicht essen dürfen, ne? Ich mache nochmal neu. Das ist die erste Blume! Die erste Blume! Okay. Merken, den Wolken Willi dürfen wir nicht essen. Ich glaube, er ist unsere Lebensversicherung. Da muss ich aufpassen, dass ich den nicht esse. Oder kaputt mache. So, erstmal ausschalten. So, erwischt! Okay. Da muss ich mich jetzt leider ein bisschen besser konzentrieren. Das heißt, ich werde nicht so viel quatschen können. Und da komme ich durch. So, okay. Komm, 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 komm. Natürlich ist das so ein lahmes Ding gewesen. Man weiß ja nie! Hallo! Alter, ich muss mich echt beeilen. Das ist grausam. Nein! 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 Ah! Muss ich nochmal neu machen. Scheiße! Ich hätte da nicht so viel überwandern dürfen. Aber egal. Es war irgendwie klar, dass wir nicht alles auf einmal kriegen. Hörst du mal auf damit? Wow! Ah! Mitkommen! Plüpp! Machen wir einfach mal so. So! Das hätten wir noch gekriegt, da unten. Ah! Arschloch! Okay. Hey, Blümchen haben wir alle. Das ist sehr gut. Nein! Ah! Scheiße! Jetzt kann ich die ganze Wichse neu machen. Nur weil der Behind-Ener nicht rübergekommen ist. Ah! Ich rege mich nicht auf. Nein, ich doch nicht. Ich bin die Ruhe selbst! Ah! Ah! Scheiße, man. Oh! Keine verkackten Poisers. Das ist kacke. Schnauze, ihr kleinen Mongos. Nein! Ah, fuck it! Boah, das ist jetzt echt kacke. Scheiße! Das lief kacke. Okay, ob ich das noch hinkriege? Wage, ich müsste zu bezweifeln. Ich weiß gar nicht warum. Warte, ich möchte... Oh, ist doch scheiße! Mann! Da passt es einfach nicht auf! Scheiße, der wird mir schon auf den Sack. Nein! Du scheiß Wolken... Zäpfchen! Ah, jetzt weiß ich... Schnauze, du kommst mit. Zum Glück hat er ihn nicht erwischt, ey. Ich weiß nicht, ob ich da ein Stempelchen übersehen habe oder nicht gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Hauptsache, wir kommen hier. Durch. Sprach da durch. Verschweite der Wand. So. Den da hinten ausgeschaltet, den komischen Ich-Pöhl-de-einen-Guy. So. Hier haben wir sogar ein Wollknäuer gespart. Ach, ist das toll. Na. Den lasse ich mir nicht nehmen. Ja, Herzchen. Nee. Ah, da war ja gar nichts. Verdammt. Scheiße. Mist, er hat es geschafft. Mann. So, okay. Verpiss dich. Du kommst mit mir? Ich brauche euch noch. Um das pustende Arschloch zu beseitigen. Nein. Oh, Mann. Oh, scheiße. Scheiße. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, Mann! Scheiß Persenwitze! Scheiße Maulwurf, zwick sei! Dreckswolke! Blasene Missgeburten sind das, ey! Wurden bestimmt ausgefurzt! Darum sind sie so groß! Bäh! Behindertes Dreckslevel! Das ist ja jetzt bestimmt scheiße! Wusstest du doch? Ein Gamecube, Yoshi! Ah, knuffig! Gamecube, eine geile Konsole! Juhu! Haha! Ich fühle mich bitte putzig! So, dann machen wir mal in das nächste tolle Scheißlevel! Das war Scheißlevel der Welt Nummer 3! Jetzt kommt Scheißlevel Nummer 4! Mit einer Piranha-Pflanze! Viermal Scheiße! Ordreys Rache! Oh! Oh! Das ist jetzt aber sehr interessant! Ich werde trotzdem pro Folge 2 Scheißlevel machen! Ohne Tricks! Und mal gucken, wie es wird! Ordreys Rache! Mhm! Ich bin sehr gespannt! Ob wir wieder durch die Kloake warten müssen? Ich habe keine Ahnung! Ja, komm mal her, Audrey! Schön, dass wir diese nervige Musik haben! Das ist jetzt nervige Musik! Ha! Hab' ich mich jetzt erschrocken! Geht's noch? Hab' ich mich echt erschrocken? Huch! Natürlich! Ja! Aber hab' ich jetzt irgendwas verpasst? Aber ist mir eigentlich auch scheißegal! Schnauze! Ah, okay! Wie soll ich denn alles kriegen hier? Hilfe! Boah, leck mich fett! Oh! Danke, Munition! Boah, verpiss dich! Nein! Komm, friss mich! Mann, ey! Pissvieh! Okay! Okay, noch einmal! Ach, halt's im Maul! Such dir Freunde oder Hobbys! So! Auch meins! Das hab' ich verkackt! Genau so wie ich das eine jetzt verkackt habe! Uh! Oh! Ah, da ist was ganz ehrlich Scheiß drauf! So! Ich möchte jetzt das Blümchen noch haben! Blumi ist wichtig! Ach, weißt du was? Leck mich mit den Herzen! Da geb' ich einen feuchten Furz drauf! So! Meins! Ich wollte dich eigentlich nicht töten! Oh! Ich dachte schon, ich krieg den jetzt nicht! Auch meins! Schnauze! Schnell bevor! Hier! Okay! Das, äh, klaut wird! Gar nicht gut! Nein! Ach, Mann! Komm, ey! Leck mich doch am Sack! Ach, Mann! Ah! Ich könnte kotzen! Halt die Fresse, du dummer Sau! Oh! Mann! Mann! Wo ist das doch? Es ist zum... Nein, dann, Mann! Ich patsche euch das Mikro weg! Ist das ein beschissenes Level, ey! Ich bin jetzt extra ruhig, weil ich möchte das gerne schaffen. Das geht nun mal nur, wenn ich konzentriert bin. Also, scheiß drauf, ne? Machen wir mal ein bisschen Ruhe. Ich scroll das auch wieder mal ein bisschen vor hier. Na komm, mach hinne. Die blöde Sau geht mal auf den Piss. So. Nimm mich einfach mal mit. Oh, oh. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Danke, dass du so lange gebraucht hast, um runterzufallen. Mann! Ach, leck mich doch am Arsch! Halt die Fresse, du Fotze! Nerviger Grottenholen! Verpiss dich, du Scheißblume! So, rein da! Ah, ich kann kotzen, ey! Scheiß auf die dämmlichen Juwelen, die gehen mir am Arsch vorbei. Ich möchte einfach nur hier alles haben. Also, die Blumen... Ja, danke! Wichser, ey! Das krieg ich die ganze Kacke noch nicht mal! Oh, ist das ein... Blöder... Wichs! Hilfe! Ja, doll, danke! 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 Ja, geil! Und das krieg ich auch wieder nicht! Ach, Mann! So eine Scheiße! Hab ich wenigstens die ganzen Socken? Äh, nicht Socken, ähm... Hier, Dings, Volldinger? Ich weiß es nicht. Oh, leck mich fett! Da sollst du ruhig bleiben! Das ist doch unmöglich, ey! Ich zerschlage leicht den Fernseher! Fick deine Mutter! Du kannst mit der Zunge Items einsammeln, du kannst schneller laufen... Du ziehst Items magisch an... Stampfattacken sind stärker... Versteckte Dinge werden sichtbar... Hitze kann dir nichts anhaben... Du kannst nicht in Abgründe stürzen... Schon ziemlich verlockend gerade, die Kacke hier! Ich versuch's noch einmal ohne! Ich möchte das gerne ohne Hilfe schaffen! Dumme Plunze hier, ey! Ich habe keinen Nerv für 100%, weißt du was? Ich will nur die Yoshis haben und alle Welten zeigen können! Den Rest, ganz ehrlich, scheiß drauf! Das ist es mir nicht wert! Ach, halt's Maul! Drecksunkraut! Du warst mal cool! Dich hab ich schon! Dich hab ich jetzt auch nichts von! Schön, dass es geklappt hat! Geil! Ihr wollt ja auch nur die däbige Kacke da unten haben! Aber hey! Was soll's! Wer die juckt's? Natürlich mich! Mich am Arsch, wenn's so weitergeht! Komm her damit! Boah, ist die Wichs! Plörre hier! Nervig! Hallo! Ja, natürlich! Natürlich! Leck mich am Sack! Ah, das kann doch nicht wahr sein! Ich fass es nicht! Hab keinen Bock mehr! Weg da! Boah, nee! Lass mich in Ruhe! Bäh! Meine Armen helfen! Hallo und willkommen zurück! So, mal gucken, was nehme ich denn? Hallo, Wolken und Werden! Gruß! Du erleidest bei Treffern wenig Schaden! Du kannst mit der Zunge Eizungs einsammeln! Oh! Ich darf nur eins nehmen! Ja, geil! Scheiß drauf! Mal gucken, wie das ist! Jetzt probieren wir einfach mal die Trick-Anstecker aus! Was soll's? Ich bin schon eine halbe Stunde zugegangen und ich könnte kotzen ohne Ende! Dann bin ich mal gespannt! Halt's Maul und verpiss dich! Oh! Schnauze! Dummes Ding! Funktioniert wirklich gut! Muss ich sagen! Funktioniert super! Bin begeistert! So! Die machen wir mal mit den ganzen Kappes hier! Ach, warum nicht? Man kann nie genug Herzen haben! Gibt ja nichts Wichtigeres! Zum Beispiel den Penner hier! Danke, Arschloch! Scheuert, ey! So, dann machen wir nochmal hier eine auf Hardcore! Sollts aufpassen! Toll! Jetzt machen wir nochmal einer, wo ich hier die letzten Wolldinger kriege! Oh! Und wo ist der zweite? Och Mann, ich will nicht mehr! Ich hasse dieses Level! Das Level ist scheiße! Das Level sorgt noch dafür, dass ich hier die Bude einreiße! Dass ich dieses Haus in seinen Grundfesten erschüttere! Und alle Menschen hier aufwecke! Ich kotze! Probieren wir mal einen anderen Trigger anstecken! Mal gucken! Alles wird groß! Ich weiß es nicht! Mal gucken! Hey! Jetzt probieren wir sie mal aus! Ich wollte es zwar ohne machen, aber weißt du was? Leck mich! Ja, ja, ja! Ganz toll! Puh! Steil laufen! Wassermelonen zum Abwinken! Soll ich mal die Wassermelonen nehmen? Du ziehst Items magisch an! Stärker! Versteckerte Dinge werden sichtbar! Ach, machen wir einfach mal! Vielleicht sehen wir dann etwas, was wir bis jetzt nicht gesehen haben! Aber wir es nicht gesehen haben! Ich sag ja, ne? Welt 4! Scheiße! Hoch 4! Ja, ja, ja! Mal gucken, was wir so für tolle Sachen entdecken! Ich kann es kaum erwarten! Oh, jetzt wird mir das da angezeigt als, ähm, eventuell interessant! Leck mich am Arsch! So, das haben wir noch nicht gehabt! Schnauze! Blöde Blume! Das da unten hatten wir schon! Aber den hier, warum nicht? Den da hatten wir auch schon! Das war jetzt nicht sehr schlau von mir! Gebe ich offen und ehrlich zu! Schnauze, Mongo! Okay, da ist schon mal nichts mehr! Ach, mach keinen Scheiß, Junge! Ich behalte das lieber mal! Aha! Ich verstehe! Ich war einfach nur zu doof! Das ist der Sinn meines Lebens, zu doof sein! Ah! Ja! Leck mich! Halt! Aus Prinzip nehme ich das einfach mal mit! Und jetzt! Oh, endlich! Nehm wieder hier rein, hoffentlich! Bitte! Ich hasse dich, Level! Du bist scheiße! Gut, dass ich sowas nicht im Livestream spiele, falls ich irgendwann mal streamen sollte! Wir haben den N64, Yoshi, endlich! 37 Minuten Aufnahmezeit bis hierhin! Wenn wir das Ganze gescrollt weglassen, bin ich hoffentlich bei 20 Minuten! Also wenn ich das Ganze gescrollt habe, also vorgespult, vielfache Geschwindigkeitenzone! Oder einfach schneiden, ich weiß es auch nicht! Ich bin verzweifelt! Scheiß Level! Yay, Yoshi! Nintendo 64! Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt! Oh, ist der putzig! Yoshi! Oh, ist der putzig! Putzig! Ich muss sagen, gehen wir ins nächste Level! Tschüss, Audrey! Fick dich, Audrey! Nie wieder, Audrey! Ich hab' ja schon keinen Bock drauf! Will ich mal sagen! Das war's für heute! Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir mit dem N64, Yoshi, den nächsten Scheiß machen! Boah, nee! Tüdelü! Tüdelüch!